Hallo ihr Lieben Ja, mit drinne ich mich ganz offiziell Von meiner Geliebten Bin Zendomenik und Solat Curusier Sie ist etwas ganz Besonderes Eine Rarität und der Antik, der sie verfügt Über 16 alten Rote Spiele Zudem habe ich keine Verbindung mehr zu ihr Haben zu oft gestritten Und uns ehrlich gesagt auseinandergelebt Die Konsole ist FSK, 16 Jahre alt Sie ist leider noch nicht FSK, 18 Jahre alt FSK, 18 Jahre alt Die Gute möchte aber bitte nur fortabgeholt werden Da sie sehr misstrauisch ist Zudem verlangt sie, nicht umgetauscht zu werden Oder zurückgegeben wird Da ich sie ja privat verkaufe Lieber Mist zu dir Wie soll ich es euch logisch? Erklär, verbringt sie gerne etwas mehr Zeit Mit ihren lausenden Gebrauchsspuren Die beiden kennen sie schon länger Und verbringen viel Zeit Wann spazieren gehen? Sollten sie noch fragen? Haben, kontaktiert sie mich? Und nö, nö, der eine Euro Ist nur der Startpreis Ich will richtig Kohle sehen NFG Sollten sie noch fragen? Haben, kontaktiert sie mich? Und nö, nö, der eine Euro Ist nur der Startpreis Ich will richtig Kohle sehen NFG Marion, die Adlige aus Müllheisen 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 Hallo, ihr Lieben Jürgen, ich bin ganz offiziell von meiner Geliebten Nintendo, mir die Konsole körperlich sehen Sie ist etwas ganz Besonderes Eine Rarität und für Antik ist verfügt Über 16 eingebauten Spiele Zudem habe ich keine Verbindung mehr zu ihr Haben zu oft gestritten Und uns ehrlich gesagt auseinandergelebt Die Konsole ist FSK 16 Jahre alt Sie ist leider noch nicht FSK 18 Jahre alt Sie ist leider noch nicht Sie ist leider noch nicht FSK 18 Jahre alt Sie ist leider noch nicht FSK 18 Jahre alt Es ist ja noch 10 Jahre alt Die Gute möchte aber